Ja, liebe Leute, ich möchte diesen Beitrag mit einer scheinbar ganz einfachen grammatikalischen Frage beginnen, nämlich, wie bilden wir das Perfekt im Deutschen? Ganz einfach haben wir in der Schulgrammatik gelernt. Man nehme entweder eine Form von Haben oder von Sein und qualifiziere dieses zum sogenannten Hilfsverb ab, darum soll es diesmal nicht gehen, und dann nehmen wir noch das Partizip 2 des sogenannten Vollverbes. Dieses Partizip 2 nennt man auch das Perfektpartizip, und das wird bei starken Verben mit der entsprechenden Ablautstufe des Stammes gebildet und hat die Endung en, und bei schwachen Verben, wo sich der Stammvokal nicht ändert, hat es die Dentalendung t. Die Schulgrammatik bezeichnet diese Endung aber nicht als Suffix, sondern spricht beim Partizip vom Zirkumfix, und das hat den Grund, dass sowohl die starken als auch die schwachen Verben auch noch eine Vorsilbe haben, die gemeinsam mit der Endung eine grammatische Bedeutung hat, was immer das sein soll. Nennen wir sie mal Perfektbildung oder Perfektpartizipbildung. Und diese Vorsilbe lautet GE. Und damit kommen wir auch schon recht weit. Wir können sagen, Horst malt ein Bild, und das wird im Perfekt zu Horst hat ein Bild gemalt. Das ist ein schwaches Verb, oder bei einem starken Verb, Sandra fährt nach Berlin, und das wird im Perfekt zu Sandra ist nach Berlin gefahren. Ob diese Sätze irgendjemand so sagt, ist der Schulgrammatik egal. Sie gewinnt ihre Beispiele introspektiv und nicht anhand von tatsächlichem Sprachgebrauch. Man kann hier auch noch Dutzende Beispiele bilden, aber irgendwann stößt man auf ein Problem. Nämlich zum Beispiel beim Satz, er entlässt 400 Mitarbeiter. Der ist nicht nur für die Mitarbeiter ein Problem, sondern auch für dieses Bildungsmuster. Denn das Perfekt lautet nicht, er hat 400 Mitarbeiter GE entlassen, sondern er hat 400 Mitarbeiter entlassen. Nun könnte man das machen, was häufig getan wird, wenn man ein Phänomen nicht versteht, nämlich einfach zu behaupten, das sei unregelmäßig. Das macht man ja sehr gern bei starken Verben zu behaupten, die würden zu einer Gruppe der sogenannten unregelmäßigen Verben gehören. Und schon kann man überspielen, dass man einfach nicht begriffen hat, welche Regel dahinter steckt. Aber dass starke Verben nicht unregelmäßig sind, das wissen wir alle. Und auch in diesem Fall haben wir es ganz und gar nicht mit einer Regellosigkeit zu tun, sondern im Gegenteil mit einem ganz systematischen Phänomen, das wir zunächst mal so beschreiben können. Es gibt Fälle, in denen wir die Vorsilbe GE beim Partizip 2 weglassen. Und wenn wir eine Regel ableiten wollen, dann müssen wir schauen, wann das der Fall ist. Und zwar ist es immer dann der Fall, wenn das Verb an sich schon ein Präfix hat. Da ist zunächst eine Fallunterscheidung wichtig, bei der wir diese Präfixverben unbedingt abgrenzen müssen von Partikelverben. Das entscheidende Kriterium ist das der Inseparabilität. Also die Frage, trenne ich diese Vorsilbe in bestimmten Fällen ab oder ist sie stets univerbiert? Und da gibt es Präfixe, die sind immer Präfixe, nämlich B, N, R, GE, Miss, Ver und Ser. Ich habe die jetzt mal aktuale Präfixe genannt. Die bleiben in allen syntaktischen Realisierungen immer mit dem Verbstamm zusammen. Also man sagt, ich zerreiße das Blatt und nicht, ich reiße das Blatt zer. Daneben gibt es aber noch weitere, die ich jetzt hier potenzielle Präfixe nenne, die als Präfixe fungieren können, aber es nicht immer tun. Das sind durch, hinter, über, um, unter, voll, wieder und wieder. Und da ist der Klassiker umfahren versus umfahren. Und man merkt das schon an der Betonung. Und dabei müssen wir beachten, Intonation oder überhaupt die Prosodie hat einen ganz enormen Anteil an sprachlichen Konstruktionen. Sie ist selbst eigentlich schon bedeutungstragend. Und das sieht man auch hier. Wenn es ein Präfixverb ist, wird nämlich erst nach dem Präfix betont, umfahren. Bei einem Partikelverb wird diese Partikel, oder manchmal findet man auch den Ausdruck Präverb, also wird diese Partikel, oder dieses Präverb betont, umfahren. Aber nicht nur das, sondern man sieht es auch an der Separabilität. Holger umfährt die Sperrung, aber Ruth fährt das Verkehrsschild um. Und wenn wir das jetzt wieder ins Perfekt setzen, dann haben wir, Holger hat die Sperrung umfahren, wieder ohne GE, aber Ruth hat das Verkehrsschild umgefahren. Dort rutscht das GE, also noch zwischen dieses Präverb und den Stamm. Dass das bei einem demselben Verb passiert, dass sich ein Präfixverb und ein Partikelverb quasi als zwei Homonyme ausbilden, das ist eher die Ausnahme. Es gibt noch Umgehen und Umgehen, das war es aber eigentlich. Aber daran können wir sehen, dass dieses Um ein Präfix sein kann, es aber nicht muss. Das heißt, und das ist eine erste wichtige Beobachtung, diese Verbalpräfixe sind nicht grundsätzlich als solche definiert, im Sinne einer abgeschlossenen Gruppe von zum Beispiel Allomorfen, von denen die Schulkrammatik ja gerne spricht, sondern sie ergeben sich konstruktionell. Das heißt, es ist nicht aus diesem Präverbium vorhersagbar, ob es sich bei dem gebildeten Wort tatsächlich um ein Präfixverb handelt oder eben zum Beispiel um ein Partikelverb. Warum jetzt diese aufwendige Differenzierung? Naja, weil ich behaupte, dass diese unterschiedlichen grammatischen Merkmale oder sagen wir besser, movosyntaktischen Merkmale auf der Ausdrucksseite auch unterschiedliche bedeutungsseitige Merkmale widerspiegeln. Auch wenn das nur eine kleine Silbe wie GE ist, die im Umgefahren da ist und im Umfahren nicht, so verweist das doch auf fundamentale grammatische Differenzen und also auch auf völlig verschiedene Semantiken von Präfix- und Partikelverben. Und diese semantischen Eigenschaften sind für uns das Interessante. Denn wir haben ja noch nicht die Frage geklärt, warum diese Präfixverben im Perfektpartizip kein GE haben. Dieses GE taucht ja auch hier auf, das verwundert vielleicht, weil es ja nicht mehr produktiv ist, aber es gehört da rein. Denn das hat man ja in einer Reihe an Verben, zum Beispiel in Gebrauchen, und da ist das Partizip auch gebraucht und nicht gegebraucht. Und genau da wird es interessant. Denn dieses GE in Gebrauchen ist dasselbe GE wie in allen Perfektpartizipien. Da darf man sich nicht von den Fake News auf Wikipedia Chöre machen lassen und den Aufsätzen, wo einfach mal behauptet wird, das Präfix GE sei nicht zu verwechseln mit der Silbe GE, die bei der Konjugation eines Verbes zur Erzeugung des Perfekts usw. verwendet wird. Und dann kommt ein Beispiel, das so dilettantisch gewählt ist, dass ich jetzt gar keine Zeit darauf verschwenden will. Dieses GE ist ein und dasselbe. Und wenn man sich das sprachhistorisch anschaut, dann sieht man das auch. Wir haben hier einen kurzen Auszug aus einem hessischen Text vom Anfang des 14. Jahrhunderts, dem Leben der heiligen Elisabeth. Und da heißt es, Als man den Abendimbiss, also das Abendessen, geaß, das ist also eine kontrahierte Form mit Schwartilgung, Das ist natürlich erst mal Kauderwelsch und kein sinnvolles Neuhochdeutsch. Denn heute funktioniert dieses GE nicht mehr so produktiv wie seinerzeit, wo man es vor diverse Verben setzen konnte. Wir müssten übersetzen, Als man das Abendessen gegessen hatte, setzte sich Herr Klingsohr an die Luft. Also wir bräuchten das sogenannte Plusquamperfekt oder auch ein Causativum. Und daran sieht man, was dieses GE in einem mittelhochdeutschen Idiom leistet. Es verdichtet die Handlung nämlich auf einen einzelnen Moment. Aus dem Verb Sitzen, was an sich einen anhaltenden, nicht verändernden Zustand beschreibt, wird eine konkrete Zustandsänderung. Die nur noch diesen Punkt beschreibt, in dem sich etwas verändert. Und genauso ist es beim Essen. Dort wird dieser dauernde Vorgang auch auf einen Punkt reduziert, sodass er eigentlich keine zeitliche Komponente mehr hat. Dafür aber jetzt ein Nachher, das anders ist als das Vorher. Man spricht da auch von punktueller Aktionsart. Also man könnte wirklich sagen, das Präfix bringt die Verbalhandlung, die durative Verbalhandlung auf den Punkt und dient damit der Bezeichnung des Abschlusses dieser Handlung. Also es perfektiviert die Handlung. Und genau das müssen mithin auch die anderen Präfixe tun. Wir müssen uns das Sprachhistorisch so vorstellen, dass dieses GE nur eine Möglichkeit unter vielen war, im Deutschen ein Verb zu perfektivieren. Welches Präfix man verwendet hat oder auch heute noch verwendet, hängt von dem ab, was man damit ausdrücken will. Also von der Eigensemantik des Präfix. Wir können uns also auch von der fixen Idee der Schulgrammatik verabschieden, dass Affixe nur eine grammatische Funktion hätten und damit semantisch leer seien. Dann wären sie nämlich beliebig austauschbar und das sind sie nicht. Was ihnen aber allen eignet, ist die Eigenschaft, dass sie in einer Konstruktion ein perfektives Verb hervorbringen. Das GE hat sich im Neuhochdeutschen etabliert, vielleicht weil es am abstraktesten ist, aber in den Fällen, wo das Verb durch ein anderes Präfix schon perfektiv ist, muss es ja gar nicht mehr davor treten. Nun habe ich schon die ganze Zeit von Perfektivität gesprochen, was natürlich die Frage aufwirft, was wir darunter eigentlich verstehen. Perfektivität wird in der Regel verstanden als ein Aspekt oder eine Aktionsart und dazu ist unendlich viel geschrieben worden. Ich verweise deshalb nur mal ganz traditionell auf Behagel, der gesagt hat, bei der perfektiven Aktionsart wird ein Vorgang vorgestellt im Hinblick auf seine Begrenzung. Man kann theoretisch sagen, er erscheint als eine unzerlegbare Einheit. Und ich blende hier mal noch die Definition des berühmten russischen Linguisten Viktor Vinogradov auf, weil ich sie für eine der konzisesten halte. Auch der sagt natürlich vom Russischen ausgehend, dass das Hauptkennzeichen perfektiver Verben die Begrenzung einer Handlung, das Erreichen eines Zieles und die Einschränkung oder Beseitigung der Vorstellung von der Dauer einer Handlung ist. Also die Begrenzung und zeitliche Einschränkung einer an sich imperfektiven Handlung ist das, was im Kern mit perfektiv gemeint ist. Fürs Deutsche wird in grammatischen Beschreibungen ja allenfalls so getan, als sei Perfektivität oder besser gesagt Aspektualität allenfalls ein Beiwerk und als sei das zentrale Kriterium im Verbalsystem das Tempus. Tatsächlich durchzieht die Opposition von perfektiv und imperfektiv aber die komplette intereuropäische Sprachfamilie, weil sie eine ureigene Eigenschaft dieser Sprachen ist. Der britische Sprachwissenschaftler John Lyons hat es deshalb auch mal als historischen Unfall bezeichnet, dass der Aspekt außerhalb der Sprachwissenschaft weniger bekannt ist als Tempus und Modus. Im Ur-Indogermanischen war der Aspekt viel wichtiger als das Tempus. Und das sieht man in manchen anderen Sprachen noch deutlicher, etwa im Griechischen oder im Russischen, aber vermutlich schlummert auch im Deutschen, zumindest im Hochdeutschen, ein gerütteltes Maß an Aspektualität, die möglicherweise sogar für den oberdeutschen Präteritumschwund mitverantwortlich ist. Dort wurde ja nicht, wie das manchmal behauptet wird, einfach ein synthetisches Präteritum durch eine analytische, also zusammengesetzte Präteritalform abgelöst, sondern im Grunde wurde das ganze Verbalsystem wieder hin zu einem Aspektsystem umgebaut. Und das Perfekt ist auch gar kein Vergangenheitstempus. Also ein Tempus ist es gleich gar nicht, aber es bringt auch keine Vergangenheit zum Ausdruck, sondern es beschreibt einen beständigen Zustand in der Gegenwart, weil durch das Perfektpartizip die Handlung in jedem Fall als abgeschlossen markiert wird. Deshalb ist das sogenannte Perfekt eigentlich so ziemlich das Imperfektivste, was die hochdeutsche Sprache so zu bieten hat. Im Niederdeutschen, im Englischen und in Skandinavischen Sprachen, da spielt der Aspekt vielleicht keine so große Rolle. Dafür gibt es dort ein höherfrequentes Präteritum, allerdings auch bei Weitem kein so ausgebautes Präfixsystem wie im Hochdeutschen. Auch das Perfekt wird ohne GE gebildet, aber es übernimmt dadurch auch eine völlig andere Rolle, die im Englischen einem solchen Satz wie I have lived in Dresden for 10 years eine deutlich andere Bedeutung gibt als dem Deutschen Ich habe in Dresden für 10 Jahre gelebt. So viel oder besser so wenig sei zunächst zur Perfektivität gesagt. Für die Beschreibung im Folgenden gehe ich vereinfacht davon aus, dass Perfektivität eine Eigenschaft des Verbes sei. Das ist sehr problematisch. Es deutet einiges darauf hin, dass man eigentlich von Situationen ausgehen muss, die perfektiv oder imperfektiv sind. Dahingehend hat sich auch einer der bedeutendsten Aspektforscher geäußert, Bernard Comrie, weil das von der syntaktischen Einbettung, zum Beispiel vom Vorhandensein eines bestimmten Satzgliedes oder von dessen Merkmalen abhängt. Und wenn man da, und das hatte vor wenigen Jahren bereits Klaus Welke in der Fußnote vorgeschlagen, Situationen durch Konstruktionen ersetzt, ist man wieder in der Konstruktionsgrammatik. Und dort kann man auf der Ebene der Syntax perfektive oder imperfektive Konstruktionen beschreiben. Zum Beispiel tendieren non-patientive Konstruktionen, also solche ohne einen Nutznießer einer Handlung oder einem Patients, wahrscheinlich zur Imperfektivität, aber da ist die Forschung noch nicht sehr weit, weil Aspektualität in germanischen, wie gesagt, und zum Teil auch romanischen Sprachen, deren grammatische Beschreibung eher noch am Latein angelehnt ist, immer noch als bedeutende Größe unbeachtet bleibt, während sie in slawischen Sprachen, die etwas stärker vom Horizont der klassisch-griechischen Grammatiktradition kommend aus beleuchtet werden oder Aspekt eine enorme Rolle einnimmt, dort als eine zentrale Kategorie des Verbalsystems gilt. Es ist also anzunehmen, dass bestimmte Konstruktionen auf syntaktischer Ebene Perfektivität koerzieren, wobei es allerdings natürlich wiederum Verben gibt, die prototypisch in perfektive Konstruktionen eintreten. Und deshalb ist das, was ich hier mache, auch nicht ganz falsch. Denn natürlich sind das dann vor allem jene Verben, die aus ihrer Eigensemantik eine perfektive Lesart nahe legen. Deshalb können wir bei unseren Präfixen bleiben, die offenbar für die Bildung von perfektiven Verben verantwortlich sind. Diese Präfixe gehen zurück auf ursprünglich eigenständige Lexeme. Das ist in den Fällen von um oder hinter oder durch auch gegenwärtig noch so. Bei den Präfixen, die sich sozusagen aufs Präfixsein spezialisiert haben, kann man das nicht mehr direkt sehen, dort muss man es historisch erklären. Bei B ist das ganz einfach. Das hieß im Althochdeutschen Bi. Das Althochdeutsche brauchen wir hier, weil wir dort den Sprachstand vor der Nebensilbenabschwächung haben. Deshalb ist aus Bi als Präfix B geworden, weil diese Silbe eben unbetont ist. Das Bi hat sich durch Diphtangierung als Präposition weiterentwickelt zu Bei. Und das ist auch die Bedeutung, die es im Althochdeutschen hat. Bei Ent haben wir ein Althochdeutsches Int oder Ant, Gegen, Entgegen. Das war schon nicht mehr selbstständig, aber es gibt im Althochdeutschen ein Ant, das etwa bis zu bedeutete. Und auch im Gotischen gab es ein Ant, das konnte beispielsweise Entlang meinen. Es macht eigentlich relativ wenig Sinn, Präpositionen zu übersetzen, aber ich will damit auch nur zeigen, dass sie eben überhaupt eine Bedeutung haben und diese Bedeutung dann aus der Präposition entstandenen Präfix kodiert ist. Dieses Ant haben wir zum Beispiel noch in der Antwort. Das sind die Worte, die man jemandem entgegenrichtet. Auch die Ursache haben wir. Das ist die Sache, die ursprünglich ist, die am Anfang stand, also aus der heraus etwas passiert. Und dieses Ur, das ist der Ursprung, noch so ein Wort, von Er. Aber auch da finden wir eigentlich fast alle Ablautformen. A im Tazian, I bei Ottfried, Er bei Notka. Das GE finden wir als GIE oder als GAR schon im Gotischen. Dort ist nicht ganz klar, wo es herkommt. Es taucht auch nur als Präfix auf und bedeutet wohl so viel wie zusammen. Das MISS gibt es als MISA, MISSI, im Gotischen noch das Adverb MISSO, mit der Bedeutung einander, wechselseitig. Das hängt mit dem Verb MEIDEN zusammen. Das ist ein Sonderfall, weil man eigentlich Nebensilbenabschwächung erwarten müsste, aber vermutlich, weil die Silbe in NOMENA wie dem MISSBAUCH betont ist, wurde sie insgesamt erhalten. Beim ZER gibt es ebenfalls ZOR, ZAR, ZIER. Da ist die Sache nicht ganz klar. Es liegt schon nahe, das mit dem lateinischen DIS oder dem im Gotischen belegten TWIST in Verbindung zu bringen, die jeweils bedeuten, dass etwas auseinander oder in ZWEI geht. Die sind auch mit der Zahl 2 verwandt, aber dieser Zusammenhang ist lautlich ein bisschen schwierig. Und dann gibt es noch das VER. Das ist am diffusesten, denn da stecken drei Formen drin und die sind im Althochdeutschen nicht mehr zu unterscheiden. Dafür brauchen wir das Gotische. Dort gibt es diese Unterscheidung noch. Zum Ersten haben wir da das FOR. Das ist am nächsten dran in unserem FOR und das gab es natürlich auch im Gotischen als Präposition zu kaufen. Dann gibt es zum Zweiten das VER, das eher hindurch bedeutet oder auch durch im Sinne von mittelst. Und zum Dritten noch FRAR. Die letzteren beiden treten auch im Gotischen nur gebunden auf. Dieses FRAR hat häufig die Bedeutung weg und das ist jetzt insgesamt natürlich holzschnittartig. Fürs Gotische sowieso und fürs Althochdeutsche gilt es überhaupt nicht mehr wirklich, dass man diese Differenzierung da noch hätte, denn da sind diese Präfixe zusammengefallen zu einem VIR oder auch FAR. Alles geht zurück auf eine indoeuropäische Wurzel PER, die eine ganz klar fassbare Bedeutung hatte, nämlich das Hinausführen oder das Hinübergehen über etwas. Davon stand auch unser FAHREN. Und dieses Nomen PER ist Basis einer ganzen Reihe an abgeleiteten Formen, mit denen sich sukzessive ergebenden Grundbedeutungen vorwärts und durch und davon wiederum abgeleiteten Wörtern, die vor allem etwas mit FOR zu tun haben. Zunächst im räumlichen Sinne, etwas steht vor mir, dann in einem zeitlichen Sinne, vor einer Stunde und dann in einem weiteren modalen Sinne, zum Beispiel erst, zuerst, aber auch gegen, bei oder herum. Man sieht das zum Beispiel an einer Form, die ursprünglich von der Dativform dieses Stammes, PRE, kommt und die im Urslawischen dann bereits als Präposition idiomatisch wurde, die lautete PRI. Und so lautet sie in den Ost- und Südslawischen Sprachen auch heute noch. Aber sie hat sich im Urslawischen vermutlich schon, hat sie schon neben oder auch bei bedeutet. Und das ist ja durchaus naheliegend. Denn wenn ich etwas vor mir habe, dann ist es auch bei mir. Im Russischen hat PRI dann immer noch diese Bedeutung, aber man würde im Wörterbuch auch WÄHREND und WÄHREND finden. Ich kann zum Beispiel sagen, ITERBÜLE PRI PETRIER VERLIKOM, also es war zur Zeit Peters des Großen, dann ist es fast schon modal. Aber PRI kann noch etwas und das ist das Gleiche, was zum Beispiel FAIR im Deutschen kann. Man kann es nämlich vor ein Verb setzen. Es funktioniert also auch als ein Präfix. Nehmen wir mal das Verb DUMATCH, denken, zum Beispiel JADUMAYU ANJE, ich denke an Sie. Thematisiert wird da der Vorgang des Denkens. Und dabei denke ich die ganze Zeit, ohne dass etwas passiert. Ich denke an Sie am Anfang genauso wie am Ende. Das heißt, dieses Verb an sich ist deutlich erkennbar im Perfektiv. Wenn ich nun aber dieses Präfix davor setze, dann habe ich PRI DUMATCH. Und das bedeutet sich etwas ausdenken oder erfinden, also etwas Neues ersinnen und zwar, da sieht man die Bedeutung von PRI noch, neben dem, etwas Neues, neben dem, was schon da ist. BENZ, PRI DU MAL, MASCHINU, BULLE ESTAR LIT NAZAD. BENZ erfand vor mehr als 100 Jahren das Auto. Da ist das Auto am Anfang noch nicht da und am Ende ist es da. Dieses Verb ist also perfektiv. Und Schuld daran ist das Präfix. Oder genauer gesagt, Schuld ist die Konstruktion von Präfix und Verb. Und diese Präfigierungen sind im russischen und in anderen slavischen Sprachen enorm produktiv. Im Schulunterricht lernt man meistens, dass es im russischen Aspekt Paare gibt, aber in Wirklichkeit ist das Ganze viel komplexer. Man kann zu manchen imperfektiven Verben ein Dutzend oder noch mehr perfektive Verben bilden, weil es so viele Präfixe gibt. Hier mal am Beispiel von Gavaric sprechen. Nur mal zur Veranscheidung, ich gehe da natürlich nicht näher drauf ein. Was man aber sagen muss, ist, dass für die slavischen Sprachen diese Möglichkeit der Derivation, würde die klassische Grammatik sagen, als Möglichkeit der Perfektivierung, also zum Kennzeichen der Abgeschlossenheit einer Handlung, in den Grammatiken systematisch beschrieben wird. Wie aber haben sich die Präfigierungen nun in den germanischen Sprachen entwickelt? Um dazu etwas sagen zu können, setzen wir wieder bei unseren gotischen Präfixen ein und ich möchte das an einem Verb zeigen namens Fraletan oder Fraletan. Da heißt es in der Wulfila Bibel bei Johannes 19 Vers 12 Aber die Juden riefen sagend, naja, das klingt blöd, aber das ist tatsächlich ein Präsenzpartizip, was da auch im griechischen Text steht, das übersetzt man manchmal mit in dem, aber das hilft uns ja auch nicht weiter, sagen wir mal, die Juden riefen das folgende Gesagte und zwar, wenn den verlässt, also wenn du den verlässt, nicht bist Freund, also bist du kein Freund dem Kaiser. Ja, das ist tatsächlich ein Dativ, also auch wenn Bastian Sick da gerne ein Genitiv haben würde, der Genitiv wäre aber Kesaris, ja, also maskuliner Arschstamm, aber nicht nur Bastian Sick hätte hier ein Problem, wir haben auch eins, wir haben jetzt übersetzt, wenn du den verlässt, dann bist du dem Kaiser kein Freund. Und natürlich geht es in der Bibelstelle nicht darum, Jesus zu verlassen, also ihn allein zu lassen und von ihm wegzugehen, sondern es geht um eine mögliche Freilassung Jesu. Schauen wir uns mal zur Verdeutlichung an, was unser Freund Dr. Martinus übersetzt hat, und zwar in der Fassung letzter Hand von 1545, die Jüden aber schrien und sprachen, lässtest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht. Das, was Hulfila im vierten Jahrhundert mit verlassen übersetzt hat, hat Luther 1200 Jahre später immer noch mit lassen übersetzt, aber eben mit loslassen. Und zugrunde liegt dem auch in der griechischen Bibel, aus der Hulfila ja bekanntlich übersetzt hat, ein Verbum, das so viel wie freilassen bedeutet. Nun könnte man meinen, naja, die Goten, die sind ja nicht umsonst am Ende überall vernichtet geschlagen worden, vielleicht lag das ja daran, dass sie immer so komische Verben gebildet haben und wahrscheinlich hat das ja auch gar nichts zu tun mit dem Verb verlassen, was wir heute im Deutschen haben. Naja, dann schauen wir uns diesen Vers im Johannesevangelium mal im Althochdeutschen an und da haben wir ja zum Beispiel den Tazian. Der Althochdeutsche Tazian ist ja eigentlich die Übersetzung eines Diathessaron, also einer Evangelienharmonie vom Ende des zweiten Jahrhunderts, aber dankenswerterweise schimmert bei dieser Stelle schon ganz deutlich der Johannes durch. Judei riofon though quedenti, also das gleiche wie eben, quedenti bedeutet wieder sagend, ob thou dessan verlassis, thane ni bist du friunt des Kaisures. Also auch da haben wir verlassen und das geht im deutschen Gegenwart sprachlich nicht mehr. Man kann die Wohnung verlassen, das sinkende Schiff, das Land kann man verlassen oder seine Freundin. Was aber nicht geht, ist, dass man jemanden verlässt, aber der haut infolgedessen ab und ich bleibe sozusagen statisch. Da ist die Freundin jetzt ein schlechtes Beispiel, weil dort verlassen in der Regel auch metonymisch gebraucht wird und dabei quasi synonym für sich von jemandem trennen stehen kann und solchermaßen in Bezug zu Personen grundsätzlich sehr stark metaphorisiert verwendet wird. Man kann also die Freundin durch einen performativen Sprechakt verlassen und am Ende zieht trotzdem die erste Wohnung aus, aber machen wir es mal weniger dramatisch. Man kann sagen, ich muss dich jetzt erst mal verlassen, weil ich noch einen wichtigen Termin habe. Da bleibt der andere an Ort und Stelle und ich selbst gehe weg. Und auch diese Bedeutung haben wir im Alltuchdeutschen schon, nämlich zum Beispiel in diesem Satz bei Ottfried Marta die Gute, als sie die Ankunft hörte, ja also dieses G ist wieder unser heutiges G, heute hätte man da stattdessen einen R hören zum Beispiel übersetzen, aber vielleicht besser just als sie von der Ankunft hörte und zwar von dessen Ankunft, natürlich der von Jesus, verließ sie sofort die Menge und eilte Christus entgegen. Also hier haben wir es wirklich ganz explizit gemacht, sie verließ die Menge und ging von der Menge weg Richtung Christus. Wir hatten also im Alltuchdeutschen diese beiden Möglichkeiten. In beiden Fällen haben wir einen Argens und ein Objekt und der Argens verlässt das Objekt. Nur sieht das hier oben so aus, das Verlassen bedeutet, dass der Argens an Ort und Stelle bleibt und dem Objekt sozusagen den Impuls für das Wegbewegen gibt, das Wegbewegen zulässt, das Objekt freigibt. Daher kommt auch die metaphorische Bedeutung jemanden von etwas los sprechen, zum Beispiel von seiner Schuld, jemanden absolvieren, wie man in der Kirche sagt. Und genau das ist die Bedeutung, die wir heute noch im Schwedischen haben. Ad felota bedeutet dort nämlich genau das, also verzeihen, wenn der Schwede einen anrempelt und sagt felot, dann meint er nicht lass mich frei, sondern sorry. Hier unten, da bewegt sich das Objekt nicht, also zumindest nicht als Referenz dieser Prädikation. Die Menge bleibt dort, wo sie ist. Stattdessen geht die gute Marta, also der Argens selbst. Man könnte auch zu Gott sagen, verlass mich nicht. Da wird gewünscht, dass die Auflösung der Verbindung des Argens zum Objekt eben nicht eintritt. Aber auch da wird einem Argens eindeutig zugeschrieben, dass er derjenige ist, der die imaginäre Urtsveränderung vornimmt. Man lässt die Gruppe ja hier höchstens noch in dem Sinne frei, dass man die Gruppe Gruppe sein lässt, also sie jetzt sehr technisch gesagt aus seiner eigenen Zugehörigkeit zu ihr entlässt. Aber als was man das hier eigentlich interpretiert, ist ein Hinter-sich-Lassen. Verlassen konnte im Alldurchdeutschen also dieses beides. Die klassische Semantik, die schön mit Merkmalstabellen arbeitet, würde er sagen, der Begriffsumfang, die Extension war in früheren Sprachstufen größer. Aber damit ist natürlich gar nichts erklärt. Aus unserer gegenwärtssprachlichen Perspektive fällt es uns nämlich schwer zu verstehen, wie diese Janusköpfigkeit bestehen konnte. Denn wenn wir heute an Verlassen denken, denken wir vor allem an das Wegbewegen. Aber dieses Verb hat ja etymologisch per se überhaupt nichts mit einer Bewegung am Hut. Dieses Lassen an sich, das den Stamm bildet, bedeutet im Alldurchdeutschen und auch im Gotischen eigentlich schon das Gleiche wie heute. Auch im Englischen Toilette, im Schwedischen Adlota, also ex negativo formuliert, jemanden nicht behelligen. Das heißt, ihn nicht beeinflussen. Und das ist so imperfektiv, wie es eigentlich nur imperfektiv sein kann. Denn wenn ich jemanden etwas tun lasse, lasse ich ihn das die ganze Zeit, also durativ, ohne dass etwas passiert. Nun kommt aber dieses Fair ins Spiel. Auch da gehen wir erstmal davon aus, dass dieses Präfix, wie alle Präfixe, eine Form und eine bestimmte Bedeutung hat, auch wenn die für uns jetzt erstmal eine Blackbox ist. Wir versuchen später noch, sie zu öffnen, aber jetzt ist erstmal wichtig, was nun passiert. Denn diese beiden Elemente werden von einer Konstruktion auf einem höheren Niveau in deren offenen Slots eingebettet. Wer in dieser Darstellung das Osir wiederfindet, darf ihn behalten. Und durch diese Konstruktion wird zum Ausdruck gebracht, dass das Lassen hervorgebracht, also bewirkt wird. Vorher lässt man nicht, hinterher lässt man. Und in diesem Moment des Verlassens findet genau diese Zustandsveränderung statt. Und etwas hervorzubringen ist immer eine einmalige, abgeschlossene Handlung. Verlassen ist daher ein perfektives Verb. Also ein Verb, das ein einmaliges Ereignis, das idealtypisch gar keine zeitliche Ausdehnung hat, beschreibt. Wir haben also hier genau dasselbe wie in den slavischen Sprachen. Und dieser perfektive Aspekt ergibt sich aus der Konstruktion. Das heißt, wir haben es mit einer Konstruktion der Perfektivität zu tun. Ich gehe also hier ganz analog wie Alexander Lasch in der Syntax davon aus, dass Perfektivität ein Einbettungsniveau ist. Und die Konstruktionsgrammatik geht ja grundsätzlich davon aus, dass sich Konstruktionsbedeutungen nicht vollständig aus den Einzelbestandteilen ergeben, also nicht kompositionell verhersagbar sind. Deshalb hat diese Konstruktion natürlich auch eine Bedeutung und eine Form. Auf der Formseite treten Eigenschaften zutage, die wir schon genannt haben, also Morphosyntaktisch die Untrennbarkeit und phonologisch beziehungsweise prosodisch den Wortakzent, der auf dem Stamm liegt. und weitere auf der Bedeutungsseite ist das vor allem die telische Lesart. Ich habe bis jetzt immer von punktuellen Verben gesprochen, jetzt von Telizität, von griechisch Telos, Ziel oder auch Ergebnis, Vollendung, weil der mir dieser Begriff noch besser geeignet und anschlussfähiger zu sein scheint und mir diese begriffliche Trennschärfe hier ohnehin gar nicht so wichtig ist, denn anders als Seno Wendlers bekannte Klassifikation das nahelegt, sehe ich auf dieser Konstruktionsebene keine Ausdifferenzierung nach Telizität und Punktualität, die sich bei ihm in der Ausdifferenzierung von Accomplishment und Achievement niederschlägt. Also demnach wäre zum Beispiel Verwelken ein Accomplishment, weil es ein allmählicher Zustandswechsel ist und kein punktueller wie Erwachen, aber ist Erwachen wirklich so viel plötzlicher? Diese Differenzierung macht für bestimmte semantische Annotationen und Untersuchungen auf jeden Fall sehr viel Sinn. Allerdings ergibt sie sich letzten Endes auch wieder aus der Eigenbedeutung dieses Stammes, weil wir wissen, dass bestimmte Handlungen sich eben länger hinziehen als andere. Es ist jedenfalls keine Eigenschaft dieser grammatischen Konstruktionen. Zustande kommt diese Telizität dadurch, dass die Eigensemantik des Präfixes durchschlägt. Denn in diesem Präfix steckt immer noch ein Überrest der alten präpositionalen oder adverbialen Semantik. Deshalb habe ich das vorhin auch so umfassend gezeigt. Und dieser Überrest oder eigentlich müsste man sagen diese Tradition dieser Präfixbildung, die wird von der Konstruktion selbst bei jeder ihrer Realisierungen immer noch fortgetragen. Ob es sich dabei nun um eine räumliche, zeitliche, modale Bedeutung handelt, ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, weil das vorne dieses Präfix eine räumliche Bewegung oder modale Modifikation, also irgendeine Veränderung darstellt, verlagert sich der Fokus auf diesen einen Moment oder dieses eine Moment, in dem die Transformation stattfindet. Und deshalb wird das entstehende Verb punktuell. Eine Konsequenz dieser Perfektivität ist nun für den Sprachgebrauch oder für die Verwendung dieses Verbes, dass das entstehende Verb oftmals für einen Kontext verwendet wird, der über diesen Punktuellen hinausreicht. Das liegt daran, dass die Realisierung dieser Punktuellen Handlung natürlich bestimmte pragmatische Konsequenzen hat. Also die Folgen dieses Zustandswechsels, man spricht da vom Resultativ, die bei der Verwendung aufgrund des situativen Kontextes häufig implizit mit gemeint sind oder mitgedacht werden. Aus dem Verlassen ergibt sich zum Beispiel, und da betrachten wir jetzt mal nur die Richtung, die im Deutschen erhalten wurde, dass man vorher noch an einem Ort ist und nachher bald nicht mehr. Und das führt im Kopf eines Sprechers oder einer Sprecherin dazu, dass man mit dem Verb natürlich intuitiv ein Wegbewegen in Verbindung bringt. Weshalb Verlassen heute auch als Verbum verwendet werden kann, sodass man einen Ort zum Beispiel schnell oder langsam verlassen kann. Das habe ich mir nicht noch ausgedacht, das habe ich extra noch mal im Korpus nachgesehen. Einige Präfixverben sind deshalb idiomatisch geworden, das heißt, sie lassen sich synchron nicht mehr solcher Art als Konstruktion verstehen, zumindest nicht als eine Konstruktion, die man noch in Präfix und Stamm analysieren kann, weil eben sich ihre Bedeutung so wie beschrieben verlagert hat. Nun bin ich aber bewusst sprachhistorisch so weit zurückgegangen, weil man hier diese ursprüngliche Bedeutung noch sieht. Das Verlassen war im Gotischen nichts anderes als ein zu lassen gebildetes punktuelles Verb, also ein Zustandswechsel dahin, dass man jemanden lässt, also dass man für dahin aufgibt, in irgendeiner Weise auf ihn einzuwirken. Das Agens versieht sozusagen das Objekt mit dem Lassen, also er lizenziert es. Und das haben wir auch im Althochdeutschen in diesem oberen Beispiel, dort geht es um dieses Permissive. Im Althochdeutschen ist das dann aber schon nicht mehr auf die Lizenzierung beschränkt, sondern es geht generell um das Separieren. Deshalb kann man möglicherweise sagen, dass die untere Verwendungsweise Sekundärs, also sich aus dem Oberen entwickelt hat. Allerdings kann es auch einfach sein, dass das für skotische Autoren spezifisch ist. Das Zurücklassende verlassen wird von Wulfila mit Afletan übersetzt, also Ablassen. Daraus ist im Deutschen der Ablass entstanden. Aber das kann man andersherum auch wieder mit Entlassen oder eine Schuld erlassen in anderen Kontexten übersetzen. Und genau dort in diesem Umstand, dass die Separation immer größeren Raum bei der Interpretation dieses Verlassens einnimmt, liegt diese Janusköpfigkeit begründet, die man im Althochdeutschen noch hatte, aber etwas theologisch betrachtet genau darin liegt auch begründet, dass das Ganze hier letztendlich auf eine der beiden Verwendungsweisen reduziert wurde. Denn diese Separation zwischen Argens und Objekt, mit der wir es bei diesen beiden prototypischen Richtungsweisen zu tun haben, kann sich erstmal in beide Richtungen vollziehen. Der Argens ist zwar immer der Trajektor in der längergischen Terminologie, also den primären Fokus, während das Objekt die Landmark, also den sekundären Fokus bildet, aber im ersten Fall wirkt sich das Verlassen resultativ eher auf das Objekt aus, im zweiten Fall vor allem auf den Argens, also dass ich die ganze Zeit von Argens spreche und nicht vom Subjekt, das denke ich eingängig und einschlägig, das muss ich nicht weiter begründen. Solche Verben, die dieses Verhältnis zwischen Argens und Objekt in beide Richtungen profilieren können, bezeichnet man auch als bidirektionale Verben. Die haben wir in der Gegenwart auch noch, vor allem bei manchen Verben der sensorischen Wahrnehmung, zum Beispiel bei Riechen, man kann sagen, es riecht angenehm, da geht es um die Emission des Geruchs, aber auch ich rieche sein Parfum, wo die Rezeption thematisiert wird, genauso klappt das auch bei Englisch to smell oder bei schmecken, dein Essen schmeckt gut, aber auch ich schmecke den Knoblauch. Solche bidirektionalen Verben gab es in älteren Sprachstufen einige, meist hat sich dann die Bedeutung aber auf eine der beiden Richtungen reduziert. Das ist also auch der Grund, dass man im Deutschen beim Fleischer gern die Wurst bekommen möchte, während das im Englischen mit to become a sausage in höchstem Maße problematisch wäre. Beim Bekommen steckt ja das kommen drin, also ein sozusagen genuines Verb der Fortbewegung und deshalb kann man sich das bildlich sehr gut vorstellen. Im Deutschen bewegt sich das Objekt auf den Argens zu und wenn eine Sache immer mehr auf mich zukommt ist ja am Ende bei mir wie man auf brusisch sagt das heißt man hat sie in der Folge erhalten und kann sie am Ende sein eigenen im Englischen naja da bewegt sich der Argens auf das Objekt zu und wird am Ende sozusagen eins mit ihm geht darin auf da spielt natürlich auch die Metaphorik noch mit hinein und auch beim bekommen haben wir also ein Präfix Verb was ursprünglich in den frühen belegten germanischen Sprachstufen noch beides konnte weil die Präfiktierung sozusagen dem Sprachgebrauch überlassen hat in welche Richtung die Bewegung Polytype stattfindet solche syntaktischen Muster ergeben sich nicht aus der eben illustrierten Konstruktion sondern die Konstruktion des Präfix Verbes diente grundsätzlich immer ausschließlich der Perfektivierung wobei das Präfix aber immer eine Eigensemantik mitbringt die im konkreten Präfix Verb durchschlägt und vor dem aufgezeigten theoretischen Hintergrund gilt es nun diese Bedeutung zu erörtern das ist die Stelle an der wir vorsichtig mal durch einen Spalt einen Blick in die Blackbox hineinwerfen wollen wir suchen also nach einer adäquaten Beschreibung dieser doch recht unübersichtlich anmutenden Präfix Bedeutung und da schauen wir als erstes mal in den Duden in die Online Ausgabe und da lesen wir dass der Duden uns acht verschiedene Bedeutungen angibt jeweils mit Beispielen die absolut alltagssprachlich sind man kennt das ja kaum je ein Gespräch in dem man nicht Wörter wie verprovinzialisieren verfeaturen oder verinszenieren verwendet ich will das hier gar nicht im Einzelnen durchgehen und als Lingoist ist man auch gar nicht in der Lage das durchzugehen weil hier nur einzelne Wörter stehen und einzelne Wörter sind in der Sprachwissenschaft vor allem wenn es um Semantik geht ein Beleg für gar nichts die Bedeutung eines Wörters ist eingebrochen der Sprache hat Wittgenstein gesagt und wenn wir keinerlei Beispiele für eine kommunikative Realisierung die wenigstens noch ein oder zwei Satzglieder umfassen haben können wir mit diesen Beispiel Wörtern nichts anfangen besonders spannend ist in dem Zusammenhang Bedeutung erstens warum man es dann trotzdem gebraucht und ich frage mich zweitens wie man beim Duden auf solche Beispiele kommen kann die die eigene Theorie binnen Sekunden schon konterkarieren demnach wäre nämlich verbleiben dasselbe wie bleiben also mit dem Duden als Grundzeugen kann ich den nächsten Brief unterzeichnen mit ich bleibe mit freundlichen Grüßen das kommt davon wenn man sich einfach Beispiele ausdenkt noch etwas auszuhalten was in unserem konkreten themakompetenz verspricht und da kommen wir auf die ressourcen im grammis konkret auf das wörterbuch der affixe fürs deutsche dort finden wir unser fair dreimal also wir finden drei treffer dafür das ist eine zahl mit der man schon besser arbeiten kann klicken wir mal auf den ersten dort lesen wir als beispiel veralten sehen hier wieder die herkunft aber was uns eigentlich interessiert ist hier unten die bedeutung es werden effektive und faktitive verben gebildet das präfix bezeichnet eine tätigkeit nein hier sollte eigentlich besser stehen das präfix werb bezeichnet eine tätigkeit die durch die von der basis genannte eigenschaft semantisch näher bestimmt wird und dann kommen beispiele wer verarmt wird arm wer eine verständigung verunmöglicht macht sie unmöglich aha das ist also schon mal wesentlich konstruktiver als das was der duden behauptet weil nicht nur einzelne beispiele oder pseudo beispiele erklärt werden sondern dem anspruch nach eine exhaustive beschreibung dessen stattfindet was durch das präfix passiert es entsteht um das mal zusammenzufassen ein verb das einen zustandswechsel ausdrückt und in welchen zustand gewechselt wird das wird von der verb basis zum ausdruck gebracht das ist eine regel mit der man wirklich und wahrhaftig etwas anfangen kann man kann sie prüfen man könnte sie modifizieren oder auch verwerfen wenn man sie dann durch eine bessere regel ersetzen kann ich will auch gar nicht sagen dass das auch nur annähernd der weisheit letzter schluss ist aber man sieht hieran die richtung in die so eine beschreibung gehen sollte und dann kommt ein Satz der wirklich und diesmal ohne jede ironie bemerkenswert ist zitat die in der forschungsliteratur viel diskutierte negative nuance der verwerben besteht nicht neutralität zum beispiel bei verflüssigen da fehlt ein komma positive konnotationen zum beispiel bei verbessern oder negative konnotationen zum beispiel bei verarmen bringen bereits die basen mit das präfix ändert daran nichts punkt zitat ende das ist also eine kleine bemerkung der man vielleicht gar nicht ansieht wie viel sie aussagt aber wenn man sich durch 150 170 jahre grammatischer beschreibung des deutschen und der germanischen sprachen durcharbeitet die ich jetzt aus guten gründen gar nicht vorgestellt habe und dabei immer wieder liest dass das präfix fair eine negative bedeutung habe weil man damit verben wie verarmen oder vernichten oder verschlimmern bilden kann und danach oder davor aber gleichzeitig angegeben wird dass es auch eine positive bedeutung haben kann wie verschönern und niemand erklärt einem das sondern es wird einfach davon ausgegangen in dieser tradition steht auch der duden dass es 57 verschiedene bedeutungen von fair gibt die man alle kennen muss wenn man kein defizitärer deutschsprecher sein weil darin gesagt wird dass das fair gar nichts für die positive oder negative konnotation irgendwie entscheidendes ist sondern vielmehr ist es diese basis und da ist eben schön oder besser anders konnotiert als arm weil diese Wörter jeweils eine ganz andere eigensemantik mitbringen ein Problem dieser kramist klassifikation besteht allerdings darin dass die bedeutungen der fair ableitungen hier ausdifferenziert sind nach den Wortarten der Basen während der Eintrag hier ausschließlich auf Adjektive als mögliche Basen zielt sind das bei den anderen jeweils nomina beziehungsweise Verben da schlägt doch die funktionale grammatik durch dort macht man es sich immer recht einfach und das hat vom erklärungswert her auch eine durchaus beachtliche reichweite deshalb muss man das auch wirklich gar nicht so problematisch sehen wo die probleme losgehen ist immer dann wenn es uneindeutige klassifikationen gibt zum beispiel bei verkommen wo man sich dann fragen müsste ob hier nun das verb kommen drinsteckt oder das perfekt partizip was ja ein adjektiv ist und das bis vor wenigen jahrhunderten auch kommen lautete weil es sich um ein perfektives verb handelt oder verhexen steckt da nun die hexe drin oder das verb hexen könnte man mal bei baby bloxberger fragen das schöne ist dem sprecher ist es egal ob es sich bei der wurzel nur eine verbale oder eine nominale einheit handelt was man vielleicht sagen kann ist dass die bedeutung bei nominalen grundlagen also bei substantiven und adjektiven häufig klarer zu identifizieren ist als bei verbalen grundlagen weil ableitungen von verben ja aufgrund ihrer mutabilität sehr schnell idiomatisch werden das schlechter voraussagen lässt das liegt aber nicht an einer analytischen kategorie wie wortart sondern daran dass nomina tendenziell zustände bezeichnen und verben eher vorgänge das heißt dass substantive und adjektive eher statisch sind und verben eher dynamisch und darin liegt begründet und jetzt müssen alle balanzgrammatiker weghören dass das verb eigentlich immer das schwächste glied in einem aussagerahmen ist weil es immer der situation angepasst wird der es unterworfen ist vor diesem hintergrund relativiert sich auch diese strenge einteilung letzten endes ein stück weit unter verweis auf die eigensemantik der basis oder besser gesagt der wurzel denn eigentlich sind diese verben alle von einer wurzel abgeleitet die bedeutung oder die bedeutungen des präfixes ver liegen möglicherweise daher quer zu dieser wortartensensensitiven klassifikation wie viele und welche bedeutungen das genau sind die man für verabstrahieren und beschreiben muss das kann ich ja auch nicht beantworten ob allein die eben beschriebenen effektiva zum beispiel tragfähig sind das ist fragwürdig denn auch die anderen beiden einträge im wörterbuch der affixe die ich jetzt hier nicht näher gezeigt habe machen da ergänzende vorschläge die herausforderung besteht darin eine solche regel oder regellen nicht zu sehr oder zu wenig abstrakt zu machen damit sie wirklich extensional zuverlässig beschreibend sind allerdings darf man vor abstrakten beschreibungen die sich die nicht so einfach nach dem sandkasten förmlichen prinzip des dudens funktionieren auch nicht zurückschrecken denn wir dürfen eines nicht verwechseln nur weil wir die bedeutung einer sprachlichen entität nicht auf annieb eindeutig benennen und explizieren können heißt das nicht dass wir deren Verwendung nicht dennoch hervorragend beherrschen je abstrakter eine bedeutung ist umso schwerer ist sie für einen sprachverwender ad hoc valide anzugeben aber das schöne ist das ist völlig egal wir müssen das nicht jede explikation jeder versuch der periphrase ist eine intellektuelle leistung aber die benötigen wir gar nicht um sprache adäquat zu gebrauchen weil wir sprache und da bringt uns eben die kognitive linguistik wirklich weiter durch sprachgebrauch und die beobachtung von sprachgebrauch lernen und daraus entsprechende regeln abstrahiert haben und das in den meisten fällen ohne dass wir darüber nachdenken müssen wir lernen ja nicht wie es die generative grammatik behauptet diese einzelnen präfixe und verben als wortschatz als ein register und die kombinationsregeln als das andere register also ich kann mich getan zu haben sondern wahrscheinlich funktioniert spracherwerb so dass wir aus den mustern mit denen wir konfrontiert werden einige davon hochfrequent und daher prototypisch dass wir aus diesen mustern gebrauchsregeln ableiten und daraus durch type entrenchment konstruktionen abstrahieren die dann auch offene slots haben können und es uns ermöglichen selbst also von uns ausgehend selbst neue realisierungen zu bilden und das ist das verrückte andere menschen verstehen uns dann meistens sogar dieses prinzip ist bisher in der konstruktionsgrammatik für die syntax untersucht worden dabei hat sich schon gezeigt dass der mensch sehr abstrakte bedeutungen verarbeiten kann kann rezeptiv wie produktiv ohne sie dafür unbedingt explizieren können zu müssen und gerade diese erkenntnis kann und muss man künftig hin auch furchtbar machen für die morphologie das ist übrigens auch der grund weshalb ich glaube dass wir keine grammatikalisierung als erklärungstheorien brauchen weil diese vermeintlich grammatischen morpheme genauso eine semantik haben wie die sogenannten lexikalischen morpheme nur dass diese bedeutung auf einem viel höheren abstraktionsniveau einzusetzen ist als die von baum oder tisch wie genau sie einzusetzen ist dazu bedarf es aber weiterer forschung zu präfixverben und allgemein zur konstruktions morphologie die meines erachtens drei schlüsselfaktoren berücksichtigen muss erstens eine diakrone betrachtung die auch phänomene der vermeintlichen oder tatsächlichen idiomatisierungen dechiffrieren und einordnen kann und ich habe auch deshalb mit dem gotischen als frühester beleg der germanischen sprache angefangen um noch mal zu exemplifizieren dass die dabei erschlossenen bedeutungen schon immer sehr abstrakt sein konnten man darf also nicht dem glauben verfallen dass weil wir es mit einer früheren sprachstufe zu tun haben die dinge weniger komplex sind die bedeutung weniger abstrakt und die sprache insgesamt irgendwie primitiver gewesen wäre was vielleicht ein populäres verständnis ist sondern vielmehr dank des erforderlichen abstraktionsvermögens gerade bei der beschreibung von sich verändernden bedeutungen können dadurch also durch so eine diakrone beschreibung und betrachtung auch immer wieder instruktive praktische und terminologische anreize beispielsweise für die bedeutung eines bestimmten präfixes geliefert werden das heißt sprachgeschichte nicht nur als beiwerk sondern auch als methode um nur longitudinal sichtbare und beschreibbare unbewusste prozesse des wandels im sprachgebrauch als erkenntnisquelle nutzbar zu machen wozu man freilich auch linguistinnen braucht die sich in historischen sprachstufen hervorragend auskennen zweitens einen sprachvergleichenden zugang wie wir ihn hier nur angedeutet haben mit dem blick ins russische an dem man gut bestimmte merkmale typologisch beschreiben kann aber gerade auch im hinblick auf andere germanische sprachen zum beispiel das schwedische in dem zahlreiche dieser präfixverben aus dem deutschen entlehnt wurden die aber in vielen fällen außer gebrauch sind zum beispiel gibt es ein verb verjeta was zweifelsohne aus dem mittel niederdeutschen verjetan oder verreten entlehnt ist aber heute eigentlich gar nicht mehr verwendet wird also wenn der schwede etwas vergisst dann gebraucht das verb glöma einige dieser präfixverben sind sind dort auch ererbt aber dieses schema an sich ist im schwedischen kaum noch produktiv sodass man die frage stellen kann ob es sich überhaupt noch um ein schema handelt und ganz grundsätzlich stellt sich daher die frage wie diese verben dort und in anderen sprachen auch im vergleich zum beispiel zum deutschen erworben werden drittens eine sprach gebrauchsbasierte perspektive die nicht wie das der duten tut anhand einer selbst ersonnenen klassifikation sich beispiele ausdenkt die dann vollkommen überraschend diese eigene klassifikation bestätigen sondern die auch zum beispiel genau die angesprochene produktivität operationalisiert und zwar in jedem fall korpuslinguistisch was auch in gerade habaxel gommener übrigens einschließt aber eben in ihrer ganzen realen breite und nicht im lehnstuhl ersonnen weil sich nur so valide die möglichkeit von tatsächlich unzähligen vorkommenden ad hoc bildungen belegen lässt die das spektrum der möglichen präfixe für semantische feinheiten auf beeindruckende weise ausnutzen und im hinblick auf die frage wie solche bildungen vonstatten gehen können die kognitive linguistik und die konstruktions grammatik meiner meinung nach wirklich etwas leisten ja es gäbe also viel zu tun und mit dieser profilierung eines möglichen künftigen forschungsprogramms bedanke ich mich für die aufmerksamkeit künftigen d d d d Vielen Dank.